Ich weiß genau, von wem ihr sprecht. Doch es ist schon hundert Jahre her, dass ich ihre Flucht fürchtete. Es sind zwei Externare aus anderen Existenzebenen. Eagol, der Slatfürst, und die Githyanki-Generalin Sirika. Sie bekriegten sich über Dimensionen hinweg, wollten unsere Welt erobern und standen sich dabei gegenseitig im Weg. Ich stieß im Rollinswald auf sie und wusste, falls einer von ihnen den Sieg davontrug, würden seine Armeen Ferun verwüsten. Und so sperrte ich sie in den Dämonenstein, wo sie sich auf ewig bekämpfen sollten. Nun sind sie also frei und haben ganze Dörfer in Schutt und Asche gelegt. Wir müssen sie aufhalten, wenn es nicht zu spät ist. Wir müssen sie aufhalten, wenn sie nicht zu spät ist. Hilfe! Bitte helft uns! Ich komme!